hallo hallo herzlich willkommen zu einer neuen episode von dance food stories ein format in dem ich mit euch über ernährung über essen über nachhaltigkeit und über gesellschaftlichen wandel sprechen diese episode habe ich dem thema regionale landwirtschaft und ernährung gewidmet schlicht weil ich das gefühl habe dass es gerade corona sei dank oder vielleicht corona sei schuld extrem aktuell geworden ist und ich darf an dieser stelle direkt vorausschicken es wird noch mehr videos zu diesem thema geben weil das alles nicht ganz so einfach ist und sich deshalb erst recht nicht in zehn minuten alleine abhandeln lässt nichtsdestotrotz wollte ich heute mit euch anfangen über dieses thema zu sprechen aber natürlich auch ganz praktisch in dieses thema einzutauchen und dementsprechend zu kochen die gründe warum wir wieder vermehrt regionale lebensmittel einkaufen liegen ein stück weit auf der hand auf der einen seite wollen wir in dieser krisenzeit natürlich lokale erzeugerinnen und erzeuger unterstützen auf der anderen seite wissen wir dass diese lebensmittel uns auch ein stück weit vielleicht mehr genuss ermöglichen aber auch vertrauen die lieferketten sind lange nicht so anonym weil sie lange nicht so lang sind die lebensmittel selbst erscheinen oft auch frischer und deshalb potenziell auch leckerer weil wir sie aus der region und im besten fall eben auch saisonal ernten und natürlich ist nicht von der hand zu weisen der effekt dass wir dadurch vielleicht klimaschonender konsumieren können keine frage das thema ist gerade sowas wie ein dauerbrenner in den medien wir lesen tagtäglich neue headlines die sich dem thema regionale ernährung widmen und wir fragen uns natürlich wird dieser trend sich fortsetzen werden wir auch nach corona vermehrt regional einkaufen und uns regional ernähren ich habe mir deshalb die frage gestellt und dachte mir ich stelle die frage auch jemand anderem im besten fall jemanden der sich diese frage selbst tagtäglich stellt weil er eben gerade in der regionalen landwirtschaft tätig ist ich bin deshalb auf den dottenfelder hof vor frankfurt gefahren und dort mit jemandem zu sprechen und da gehen wir jetzt mal zusammen hin auch los geht's los willkommen auf dem dottenfelder hof ich bin hier auf einem demeter hof vor frankfurt der biologisch dynamische landwirtschaft betreibt das heißt hier gibt es so gesehen eigentlich lebensmittel von oberster güteklasse wie gesagt demeter qualität und hier treffe ich jetzt gleich den till der dann sieht hinter mir für den schulpavillon verantwortlich ist das heißt er macht workshops mit schulklassen und zeigt ihnen wo unsere lebensmittel herkommen wie sie angebaut werden und wie man sie dann eben auch gut in szene setzen kann und ich werde mich jetzt gleich mit ihm über das thema regionale landwirtschaft aber eben auch regionale ernährung unterhalten und ob corona hier beispielsweise gerade etwas verändert vermeintlich zum guten also wir gehen mal gucken wo der till bleibt wir sind jetzt hier auf dem dottenfelder hof und ich bin nicht alleine denn ich bin mit dem till hier was genau machst du hier eigentlich wir sind jetzt hier hier am schulpavillon ich arbeite hier am dottenfelder hof auf dem schulbauernhof und wir empfangen ja eigentlich jeden vormittag schulklassen die wir versuchen eben wieder ein bisschen an die landwirtschaft heranzuführen im allgemeinen ist es uns ein großes anliegen einfach dafür zu sorgen dass diese entfremdung von von gesellschaft und landwirtschaft dass da entgegen gewirkt wird wie schätzt du die corona krise ein im hinblick auf diese distanz hat uns corona insofern wieder ein stück weit mehr an unsere lebensmittel geführt gerade auch stichwort regionalität merkst du dass sich da gerade was verändert hat also wir haben auf alle fälle gemerkt dass wir deutlich mehr nachfrage bei uns hier im hofladen haben nach unseren lebensmitteln wobei man da ja auch dazu sagen muss wir verkaufen ja nicht nur regionale lebensmittel sondern auch ein ganz großes biosortiment vom großhandel was auch nachgefragt wird ich glaube aber dass diese nachfragesteigerung nicht unbedingt mit einem bedürfnis der menschen zusammenhängt mehr regionale produkte zu kaufen sondern eher das ist das normale corona typische hamstern war was die was die umsatzsteigerung jetzt hervorgerufen hat aber wir haben zumindest in den letzten jahren vielleicht sogar schon zehn 15 jahren festgestellt dass immer mehr menschen regionale lebensmittel wichtig werden die bundesregierung erhebt ja jährlich mit den ernährungsreport auch verbrauchermeinungen zum thema ernährung dass da mittlerweile 83 prozent sagen sie legen wert auf regionale lebensmittel und das jetzt gerade auch im hinblick auf corona weitere knapp 40 prozent sagen sie wollen auch nach der krise vermehrt regionale lebensmittel einkaufen weil uns die krise gezeigt hat stichwort globalisierung unserer ernährung die lieferketten sind extrem lang in der regel zweieinhalbtausend kilometer legten lebensmittel zurück haltet euch fest denn ja es stimmt das durchschnittliche lebensmittel hat zweieinhalbtausend kilometer auf dem buckel ende des 19 jahrhunderts bleibt dieser wert noch bei rund 80 kilometer grund dafür ist natürlich die globalisierung unserer lebensmittelwirtschaft und damit die tatsache dass mittlerweile bis zu 90 prozent der lebensmittel bei uns in den supermärkten eben nicht aus der region kommen sondern aus ganz anderen ecken der erde denken wir nur an die avocados aus mexico bananen aus costa rica reis aus vietnam oder fleisch aus australien wir haben uns aber mittlerweile an diesen überfluss gewöhnt und für uns ist es eben normal dass eigentlich das ganze jahr über allerlei mögliche exotische früchte bei uns in den supermärkten zu finden sind man kann auch überspitzt sagen was gestern noch luxus war ist heute normalität geworden und wir vergessen leider zunehmend diese tatsache reflektiert zu überdenken und ein stück weit auch wertzuschätzen stichwort einfach auch nahrungsmittelsicherheit in der region stück war dann auch resilienz das sind ja so faktoren die spiele alle eine rolle rein mit sicherheit also ich würde mich sehr freuen wenn die menschen noch mehr darauf achten würden ich denke es ist ein ganz ganz wichtiges thema was wir brauchen um eben wieder eine nachhaltige zukunftsfähige lebensmittelversorgung auf die beine zu stellen also da wäre es wirklich wichtig dass wir regionale produkte kaufen und dann eben auch nach möglichkeit wirklich regionale produkte das heißt am besten irgendwo vom landwirt oder man weiß zumindest von welchem landwirt es kommt es gibt da ja große unterschiede was regionalität angeht also eben keine ahnung bei bekannten supermarktketten kann man produkte mit dem namen unsere heimat oder so kaufen und dann heißt regional schon okay es kommt aus deutschland aber mehr ist es nicht das witzigste was ich mal gesehen habe war so ein werbeslogan regionales aus nah und fern okay wo ich mir dachte regional auf verpackungen ist nicht geschützt und deshalb auch nicht einheitlich definiert das macht uns verbraucherinnen und verbraucher potenziell zu opfern des sogenannten regional washings deshalb der tatsache dass wir uns durch regional werbungen die beispielsweise sagt aus einer region das beste aus der heimat oder nah so gesehen vorgaukelt dass diese lebensmittel in unserem unmittelbaren umfeld angebaut und produziert werden denn oft bleibt bei diesen unspezifischen regional werbungen und regional kennzeichnungen unklar was regional eigentlich bedeutet sind es 20 km sind es 100 km oder sind es gar 300 km außerdem ist oft unklar ob die rohstoffe aus der region kommen oder ob eben nur ein verarbeitungsschritt in der region stattfindet beispielsweise die verpackung spoiler manchmal ist sogar nur der firmensitz oder die rezeptur regional die rohstoffe selbst und all das was eigentlich in der wertschöpfung passiert ist es eben nicht wir erleben das schon dass die menschen hier zu uns auf den hof kommen und dass es ihnen wirklich wichtig ist dann auch produkte zu kaufen die nach möglichkeit hier von uns vom ruf kommen und dann wird auch nachgefragt und sie sind dann zum teil eben auch enttäuscht wenn es gerade keine butter gibt hier von uns aber wir haben zum glück so viel nachfrage dass wir die gar nicht decken können okay und deswegen müssen wir auch gut dazu kaufen die dann eben von einer großen molkerei irgendwo aus deutschland kommt und der butter hier von unseren kühen gibt es eben nur zweimal die woche okay man kann dann biosiegel nicht mehr trauen weil es mittlerweile so viele gibt aber regional gibt einem dann ein stück weit vertrauen zurück oder ja würde ich sagen und ich denke das wichtigste wäre dass menschen vielleicht nicht immer aber zumindest ab und zu den landwirt kennenlernen der einen teil zumindest ihrer lebensmittel herstellt dass man dass es möglichst viele höfe gibt wo man einfach hingehen kann und sich anschauen kann was macht der landwirt da bin ich damit einverstanden wo man fragen stellen kann das ist eine viel effektivere und sinnvollere kontrolle als irgendein biosiegel in meinen augen und damit sind wir bei dem immer wichtiger werdenden aspekt der transparenz als verbraucherinnen oder verbraucher kann man nämlich heutzutage relativ schnell überfordert sein von all dem was auf lebensmitteln steht oder eben nicht und deshalb ist es irgendwie auch nicht verwunderlich dass regional irgendwann das neue bio wurde weil wir uns irgendwann in diesem ganzen biosiegel dschungel gar nicht mehr zurechtgefunden haben und einfach ein stück weit ratlos zurückblieben als wir uns die frage gestellt haben was ist denn nun das richtige bio was ist denn das beste bio wie ihr leider vermuten könnt scheint die sache mit dem regional eben auch nicht ganz so einfach zu sein wie siehst du denn die zukunft von regionaler ernährung glaubst du das ist jetzt auch eine sache die sich weiter vergrößern wird wo die nachfrage steigen wird wo man vielleicht wirklich mal auf zahlen kommt die in den supermarkt regalen oder generell auch im ernährungsverhalten der menschen einen relevanten teil ausmachen oder reden wir weiterhin von dem nischen thema ja an den tagen wo ich optimistisch bin da glaube ich schon dass wir das schaffen dass das immer mehr menschen machen werden und das ist auch ein wichtiges thema bleibt langfristig glaube ich könnte es sogar so sein dass wir irgendwann einfach müssen dass es gar nicht mehr anders geht weil weil uns ja sich das ändernde klima und das zuneigegehende erdöl uns dazu einfach zwingt aber ich hoffe dass wir vorher einfach schon von uns aus die kurve kriegen und wieder viel mehr wert auf hochwertige lebensmittel legen erkennen dass es ja ethisch und moralisch nicht okay ist riesen fleischfabriken zu betreiben wo sowohl das tier als auch der mensch darunter leiden die da arbeiten müssen ich denke schon dass auch durch die korona krise da jetzt noch mal einen ruck durch die gesellschaft gehen kann und sich der wandel vielleicht ein bisschen beschleunigt der wandel den wir sowieso schon haben also wie gesagt wir können das seit 15 jahren mindestens beobachten dass immer mehr menschen ist wichtig ist regionale lebensmittel einzukaufen ich hoffe dass sich dieser trend fortsetzt ja irgendwie war das ein recht cooler und vor allem treffender satz den der tild am ende gesagt hat ich selbst als kritischer zukunftsoptimist wie ich mich manchmal bezeichne kann das nur unterschreiben denn ich habe das gefühl gerade sind wir ein so einem punkt der stück weit zwangsweise corona sei dank corona sei schuld erreicht wurde wo wir uns wieder häufiger gefragt haben wo kommen unsere lebensmittel denn her wie wird überhaupt geerntet welche menschen stehen hinter den lebensmitteln die wir tagtäglich essen was bedeutet unser konsum für uns aber auch vielleicht für die welt als ganzes und ich glaube wenn man sich solche fragen ernsthaft stellt dann ist das thema lebensmittel wertschätzung nicht weit denn wenn man nach diesen antworten sucht dann findet man diese eben oft auch in einer kann man sagen gesteigerten wertschätzung der art und weise wie wir mit lebensmitteln umgehen und hier machen wir einen cut das war so gesehen der erste teil der zweite teil wo ich die kräuter die ich dann auf dem dortenfelderhof geerntet habe zu frankfurter grüne soße verkoche den schauen wir uns nächste woche an in der zwischenzeit freue ich mich auf euer feedback wie schätzt ihr das ganze thema ein wird das in zukunft wieder mehr in diese richtung gehen seid ihr selbst jemand der regelmäßig regionale lebensmittel einkauft und ansonsten hoffe ich dass euch das video gefallen hat falls ja lasst mir gerne ein like da abonniert meinen channel und schaltet dann nächste woche wieder ein wenn wir zusammen frankfurter grüne soße kochen bis dahin bleibt gesund und bon appetit